Das Leben ist ausgesprochen entspannt. Man kann sich in seiner deutschen Community bewegen, man kann international Freunde treffen. Alles findet im Wesentlichen draußen statt, weil man eigentlich fast jeden Tag wirklich schönes Wetter hat. Selbst wenn es mal regnet, sind es eigentlich nur Stunden und damit ist eben das Leben sehr geprägt von Strandaktivitäten, Wandern in den Bergen, mit Freunden in einem Straßencafé sitzen. Alles findet draußen statt und das ist ausgesprochen angenehm. Die Insel ist sehr sicher, man kann sich auch als Frau alleine nachts durch Palma bewegen und von daher hat man eigentlich nichts, was störend wirkt. Alles ist entspannt und schön.